Ich starte jetzt die Runde, wir sind also 7 von 20. Okay, ich hab was. Mal gucken, was wir mal sehen. Ich sehe schon, das wird wieder toll aussehen bei manchen hier. Wenn jemand sagt, dann krieg ich mit U. Was? Sprachen lernen. Der andere rennt hinterher. Pass auf, pass auf, pass auf. Wie machen wir das jetzt hier? So, und so, der rennt hinterher. Die Haare fliegen im Wind natürlich, das muss man so ein bisschen sehen. Jetzt machen wir mal rein. Und der rennt hinterher hier, so. Und der hat natürlich eine Uhu-Kleber. Die Szene beschreiben. Aha. Das Karussell. Karussell ist eh falsch. Riesenrad, Riesenrad, Riesenrad. Riesenrad. Dreh zu schnell. Schüler übergibt sich, okay? Was? Wollt ihr mich verarschen? Ach komm, ey, was ist das denn für ein witzloses... Das geht doch nicht. Das ist schwierig zum Teil. Na mal gucken, Freunde, na mal gucken. Also das können wir gerne, also öfter auch mal machen, ne? Dafür haben wir Discord. Können wir das öfter mal. Sollen wir jetzt hier? Okay. Ist das mal wieder der Typ, oder was? Ich hasse Hojoa. Jetzt ist es ja wirklich Siren Head. Okay, pass auf, pass auf. Jetzt ist es ja wirklich... Das ist gemein. Siren. Die Frage nach... Die Frage nach dem... Sinn? Das war jetzt das letzte Bild. Jetzt bist du dran, nochmal einmal, achso, einmal muss ich jetzt noch. Wie soll ich das denn bestreiben? Ich verstehe das hier auch. Was soll ich jetzt hier... Also das, äh, weiß ich auch gar nicht. Okay. Okay, wir gucken jetzt mal, was daraus ist geworden. Ich bin gespannt. Okay, der alte Mann. Was sagt der alte Mann? Na, das meint mal wieder so ein tiefgrüniges Ding, wisst ihr? Eine Omi geht am Rollator zu Rewe. Oh, das ist ja wie schön gekriegt. Ich auch, ich auch, aber in anderen. Okay, das sieht man schon mal. Oma kauft bei Rewe ein Punkt Uwo. Hey, immerhin hat er die Oma erkannt. Rewe, und dann? Wo ist die Oma? Wo ist die Oma? Um die Oma ging es doch. Einfach gar nicht jung. Ach, Rewe. Na, okay. Dann bleibst du eben bei Rewe, ne? Ich hätte was anderes wahlen sollen. Rewe, Punkt Yippie. Ja, okay, aber ich, also das, das hätte auch anders gehen können noch, aber okay. Viva la Rewe. Viva la Rewe, genau. Kulatub rutscht auf Bananenschale aus. Hä? Ach so. Damit habe ich überhaupt gar nichts, also gar nicht mich damit in Verbindung gekommen. Quetschi tritt auf Banane und fällt hin. Okay. Quetschi hat keine Muskeln und tritt auf eine Banane. Okay. Jemand liegt im Graf. Wie, 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 wie hätte ich das jetzt erkennen sollen? Was ist das mit dem Rip? Der, also mit, mit Quetschi hat keine Muskeln, also und tritt auf eine Banane, also seinfalls gut. Aber das mit dem Rip ist halt natürlich schade, ne? Aber okay. Na gut. Hätte weitergehen können mit der Banane. Jetzt habe ich es verstanden, ne? Siren Head Bild. Ja, alles klar. Das war klar. Ja, manchmal nervt es eben. Meine Frau hat das gleiche wieder gemalt. Siren Head. Ja, klar, genau. Jetzt wissen wir, jetzt wissen wir, dass wir mit der Opa Siren Head ist, ne? Pomp-LP. Genau. Jetzt ist es ja wirklich Siren Head. Böller, der an nem Stock abgeht. Oh Mann, ey. So, okay, juhu. Wenn jemand sagt, den krieg ich mit Uhu. Ja, das habe ich nicht verstanden, ne? Den krieg ich mit Uhu. Man jagt Frau mit Nokia 3210. Genau. Das Nokia 3210 sah ja auch gelb aus. Man jagt Mädchen mit Computermaus in der Hand. Alles gut. Man jagt Mädchen mit Computermaus in der Hand. Aber hey, das wäre immer noch das gleiche gewesen, ne? Aber hier... Zombies. Zombies. Aber guck mal, das Bild sieht ja fast genauso aus wie meins. Das ist ja genau das gleiche. Teenager übergibt sich auf dem Riesenrad. Oh nein. Das hast du mal vorgeschlagen. Ich mochte den. Das Riesenrad dreht zu schnell. Schüler übergibt sich. Ja, guck mal. Ein Riesenrad dreht. Ja, ein Riesenrad dreht sich. Ja. Okay, jetzt ist die Figur mit dem... Die Figur ist weg, ne? Karussell. Ja, okay, Karussell. Karussell. Ey, aber Leute, wisst ihr was? Ich habe Karussell hier auch dreimal von vorne geschrieben. Weil ich habe Karussell. Dann habe ich nämlich aus dem Karussell auch Riesenrad gemacht. Weil ich ja auch nicht wusste, wie man Karussell schreibt. Fragt man es mit nur einem R? Ich habe überlegt vorhin. Was ist Karussell und Riesenrad? Das sind doch zwei unterschiedliche Dinge. Ja, habe ich ja auch gemerkt. Karussell fällt um. Ach, komm, hör auf. Warte mal. Warte mal. Karussell. Karussell will Among Us Minute Craft Hybrid hochheben. Steve steht auf Among Us Figur und Among Us Figur verspert den. Versperrt den Weg, okay. Mensch mag mein Craft Yeti. Aber guck mal, aber es Karussell fällt um. Minecraft Hybrid. Okay, alles klar. Bleiben wir mal beim Minecraft Hybrid. Okay. Und das ist das Letzte. Das war die Frage. Lügen haben kurze Beine. Wo kommt denn so ein Spruch her? Lügen und Mensch. Okay. Okay. Paranomika. Und das habe ich nicht verstanden. Paranomika ist ein Roblox-Spiel. Aber es hat halt überhaupt nicht dazu gepasst. Und die Frage nach dem Sinn habe ich es gekriegt, ne? Verwirrter Mensch. Verwirrter Mensch. Ey, die Frage nach dem Sinn. Aber überleg mal. Von Lügen haben kurze Beine bis was ist der Sinn des Lebens? Das ist doch gar nicht so verkehrt, ne? Okay, machen wir noch eine Runde. Eine noch. Eine noch. Mehr auch nicht. Drei, zwei, eins, los geht's. Ja, mal gucken. Also manche Sachen, bei mir stand gerade ein Spruch, das kannst du ja gar nicht. Also das, äh, also da dachte ich, das geht gar nicht. Was soll ich da machen? Oh, der ist aber noch heiß. Jetzt kommt das hier wirklich an. Leck mich doch am Arsch, Mensch! Was soll denn das sein? Ist der nur ein Begriff, oder was? Mädchen ist verliebt. Wie hieß denn der gleich? Mensch, wie hieß denn der gleich? Oh, dein Ernst? Wie, oh, ist das nicht so? Was mal auf, wie macht man denn das jetzt? Wie sieht denn das aus? Der ist doch so, oh, wie macht man denn das jetzt? Der ist doch so, dann ist das doch hier so, weil da stand ein total beklopptes Ding. Wie der Lehrer aussieht. Fragezeichen. Ja, toll. Alles klar, Fragezeichen, ja. Naja. Unbekanter Strand. Unbekanter Strand. Das ist auf den Malediven, ist das. Okay, also das ist natürlich sehr schade. Das muss doch zu erkennen sein, dass das ein Lehrer mit Schülern ist und die haben Angst vor dem. Das erkennt man doch. Kein Schüler hat heutzutage mehr Angst vor seinem Lehrer. Höchstens Respekt. In der Tat. Crewmate stürzt aus dem Feldraumschiff. Das hat er nicht bekommen. Okay, okay, okay. Raumschiff wird rausgeschmissen. Amon S. Figur spielt an Spielautomat. Okay. Okay. Na, okay. Das hat man nicht ganz erkannt. Ich auch nicht. Amon S. spielt Paranormeike. Oh. Okay. Imposter. Hey. Und immer wieder das Gleiche. Terre terre peng peng. Guck mal hier. Das ist doch gut. Das ist eine Antwort da drauf. Der Verrückter mit Farnlicht trennt rum und schießt Leute tot. Das war das, was du gesagt hast. Ich mach das nicht mehr, ne? Malte einfach das Vader. Echt? Mein Sohn hat den... Guck mal, ich hab den nicht... Und da hat der Marking geschrieben, du hättest dir... Ne, rotes Laserschwert, hätte ich da hinmalen müssen. Ich wusste nicht, wie man Dave Vader malt, ne? Also mal ehrlich, dass mein Sohn den erkannt hat, okay. Guck mal, wie der aussieht bei mir. Na ja, gut. Du blockst Paranormeike. Müdes Gesicht. Hörnrunzel Andys Gesicht. Na ja, gut, okay. Ich hab's auf jeden Fall jetzt mal dargestellt. Roblox Paranormeike ist ja quasi... Zombie im Winter. Was? Das ist ein Geist. Ach so. Das ist auch ein Geist. M&S Imposter mit zu vielen Details. Alles klar. Mit zu vielen Details. Ich hab das mal ein Sixpack gemalt. Jetzt bin ich wirklich gespannt, was bei mir rauskommt. Okay, und was hast du geschrieben? Der Winsche uns besucht Henno im Büro und hat ihn lebt. Okay, jetzt müsste man... Dazu müsste man natürlich wissen, wer Henno ist. Ach, guck an. Henno Platt. Ja, das hab ich schon verstanden, aber das... Der lieb in Monstersackmännchen. Ja, guck an. Monster-Aggie-Männchen. Na ja. Blonderfrau ist unsterblich im grimmigen Mann verknallt. Okay. Ja. Und man hat an der Straße gemalt. Taffilein. Jetzt kommt ein Bruderspruch. Lässt sich helfen beim Schuhe anziehen. Okay. Lässt sich helfen beim Schuhe anziehen. Ja. Und da hast du das Pech gehabt, dass der Fallschule danach kam. Ich hab mit Konzertüten ohne Arme. Habe ich das gemacht? Ah, okay, okay, okay. Und jetzt hab ich was schreiben wollen. Wo das hat es aber nicht weitergegeben. Bine Schuhe verstehen sich nicht, aber wollen doch das Gleiche. Das Gleiche. Genau. Verstehen sich... Wollen eigentlich das Gleiche, aber... Alter, man schubst seine Frau in die Treppe runter. Das machen wir nächstes Mal. Das machen wir nächstes Mal. Man schubst seine Frau in die Treppe runter. Okay, so, zurück. Gut, ich würde sagen, dann hör mal auf für heute. Ich meine, das ist doch irgendwann anstrengend. Das wird auch irgendwann anstrengend. Aber das können wir gerne nochmal wieder machen nächstes Mal. Ja. Auf jeden Fall. Ich finde es unheimlich anstrengend, wenn ich zum fünften Mal Siren Head malen muss. Ja, aber sag dir mal, Siren Head und Paranormica kam genau von zwei Leuten. Ja, ich weiß, aber es ist... Oder Figuren, die ich eh gar nicht kenne. Genau, genau. Also hier muss man wirklich gucken, dass man irgendwie was findet wie, ne, Günther Jauch bei Wer wird man denn... Ja, das... Also ich glaube mal so Alltagssachen oder irgendwie was. Ansonsten wird es schwer. Genau. Oder Kind spaziert mit Ei auf dem Löffel rum oder so. Oder Katze hat Durchfall oder sowas, aber... Ja. Also das ist halt wirklich schwierig, gerade wenn es um Spiele geht. Guck mal, Roblox Paranormica ist ja quasi eine Phasmophobia-Abklatsch-Sache. Was soll man denn das wissen, wenn man das nicht kennt, ne? Ja. Und den Imposter kenne ich nur, weil mir hier am Tag hundertmal davon erzählt wurde. Okay. So, du darfst es nicht vergessen aufzulegen, ne? Du musst es am PC unten auf dieses Hörer mit Kreuz drücken. Ich mach einfach den PC aus, fertig. Okay. Genau, ne? Okay. So willst du auch. Gut, tschüss. So willst du auch. Genau, genau. Okay. Okay, dann, ich wünsche euch noch einen schönen Abend, ja, und danke fürs Mitmachen. Ja. Sehr gerne. Und danke, dann bis zum nächsten Mal, ja? Bis bald mal wieder. Macht's gut und, äh... Bis bald mal wieder. Tschüss. Nächste Woche bei Hamburger, ne? Ja, genau. Ja, ich hol mir jetzt auch Hamburger. Tschüss. Auch jemand ist auf Klo. Tschüss. Tschüss.